Kauskans Angie ist immer noch im Park der Sinne. Ich sehe hier wunderschöne Pflanzen und ja, eine prächtiger als die andere. Und vor allen Dingen alles so vielfältig hier, das finde ich schön. Ja, Schmetterlinge um mich rum und schaut mal selbst, wie toll das hier angelegt ist. Ja, ich gehe mal ein Stück, wie toll das aussieht. Dieses weiße Feld hier zum Beispiel und innen drin auf einmal diese gelben Blüten. So, ich gehe mal weiter, gehe mal weiter. Schwenke ich mal rüber und wenn ihr mal guckt hier, diese schönen gelben, ja, schönen gelben Pflanzen, die großen. Hier sind sie. Wow, schön. Und hier auch gleich wieder Schmetterlinge. Und das mit dem Himmel sieht natürlich super aus, ja. Und vielleicht entdeckt ihr ja auch eine Hummel oder so. So, das war hier schon wieder ein Teil vom Park der Sinne. Ich mache jetzt hier wieder einen Break. Und da, danke. Vielen Dank. schrabenBall.